Guck mal wie viel Beutel da bin Oh Gott Boah sie da viele Hahaha wie der da rüber jumpt Meine Pfeile so viele habe ich auch nicht gemacht Oh ich kann sie in Schacht halten Wie? Die wollen den Turm niederreißen Die fliegen ne? Mhm Ja und das ist kopflos Oh nein ich bin runter gefallen Nein Boah scheiße Ne der Turm bricht zusammen Der Turm bricht Boah ich komme noch ein Geier Arschloch von hinten Ja die kommen die sowieso jetzt hinterher Immer schön fahren Der kriegt nicht der Geier Der guckt sich an Langsam mal gewohnt Blödes Schwein ey Brennt Geier Nein Du brennst auch Trink was Ach der ist was Ich habe über 400 Schuss mit Schrot 500, irgendwas. Die werden das auch abreißen. Jetzt bin ich die Superpille hier, pass mal auf jetzt. Jetzt gehts ab. Jetzt runter. Ja, wir müssen unten. Guck mal, wieviel Beutel da sind. 1, 2, 4, 6, 8. Auf gehts. Kommt zu euch. Alter, sind die Vieh-Zombies. Alter Schwede. Ich komm zu euch. Guck mal. Hallo. Kann ich mich verlenken? Kann ich mich verlenken? Wie, ich kann es mich verlenken. Jetzt. Es geht mal. die haben gut, kommen wir alle hinterher und durch gelaufen ich würde es gehört, ich kann Bluten 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 noch ein Sack dann hab ich ihn nur in dem Haus alle raus wie du bist raus wie du bist raus ne ich bin weiter, hatte nur eine Verzögerung ich hab alle gelbe Säcke bis jetzt ja jawoll da ist die Army Junge, Junge, Junge das war deftig wir haben sie alle platte gemacht ich hab alle gelbe Säcke aufgesammelt perfekt ich geh noch welche oh ne, hier sind auch gelbe Säcke aber wie viele jawohl hehehe aber nix tolles drin seh ich grad ich geh noch welche ja ich auch bestimmt da unten auch ne ja guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020